Alle Mann an Deck und Willkommen zu einer neuen Folge Sie pennt, er steht da ein gewisser Beklopter Ich habe aber super ein Herz Finde ich cool Tun Sie da, aufstehen Nein, ich will nicht Was machst du da? Gar nichts Rutschfingern Ja, ja, ja Rutschfingern Her stephen, wenn du erst in der Aufnahme Rutschfingern, raus, an Paluteln Rutschfingern Ratschfingern Man muss sich was machen können Könnt ihr beide nicht alleine das Rudel übernehmen Nien, nien Chapter'n bitte weiterfahren, Dankeschön Nein, wir fahren nicht weiter, wir müssen noch auf die Insel Anwand productos Nein, da waren noch Sachen zum Lupen. Oh, oh. Und Teddybär, ich habe ein ganz besonderes Geschenk für dich. Na, Aker, sie macht jetzt nichts. Gerne. Nein, das ist jetzt der Weg. Weil du so ein wunderbarer Freund bis du nächste Woche kommst, weil ich dich um unfassbar um alles liebe, habe ich für dich eine Flasche. Danke, danke. Oh, danke. Das hat sich jetzt sehr... Merkwürdig, Jan. Hier wo keine Sorge, du bekommst auch noch eine Flasche. Alles gut, alles gut. Eine Flasche. Das Problem ist, ich spiele gerade nur mit sehr schlecht. Wie kriege ich das? Scorab. Wollen wir jetzt noch mal auf die Insta, dann wollen wir weiterfahren. Ich durfte jetzt entscheiden. Ja, wo ich spiele über dir? Also, hier hat den Anker wieder runtergemacht. Das ist scheinbar wieder doch... Alles vorbereitet. Teddybär. Was, hä? Was denn? Das sind noch Bäume, die man looten kann. Erst mal, erst mal, erst mal das mitnehmen, würde ich sagen. Ja, hat der Eisenbahn, hat der Eisenbahn, oder wie das heißt? Ja, habe ich. Wie viele? Kiro, könntest du vielleicht mal ganz kurz mit deiner Axt hochgehen? Ja, ja. Oh, die ist fast kaputt. Die ist fast kaputt. Ja, Teddybär. Hier, wo bist du dann? Ich finde dich nicht mehr. Ich sehe nur ein Vorfeld. Los, links. Oder rechts, was? Auf der rechten Seite. Ach so. Ich denke, es macht es. Man macht ja nicht aus, ähm, diesem... Wo bist du jetzt ganz hoch? Ich mache ja nicht aus Schrott. Dieses Eisen mache ich ja nicht aus Schrott. Oder so aus dem... Jetzt da. Machst du auch nicht. AHHHHH! Reiß nicht so. Hilfe! Wo bist du denn eigentlich lang? Hilfe, 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 ich weiß es nicht. Jungs! Nee. Könnt ihr mich gleich kriegen und ihr mich vielleicht retten. Ja, wenn ich will, wenn ich will, wenn ich will. Du weißt ja, wo du noch angekommen bist. Ich bin einfach über den Berg und dann bin ich beim Berg ganz runtergesprungen. Okay. Enten noch? AHHHHH! Au. Der Vogel! Wir haben... Metall, er... Wir hätten weiterfahren sollen. Hier ist gar nichts. Er kommt, hat er gesagt. Jetzt auch nicht, Teddybär. Wir hören aber nicht auf dich. Ich... Gerade. 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 Oh, das war ein Fehler! Das war ein verdammter Fehler! Das war ein verdammter Fehler! Wildschwein-Party. Dann fahr ich ohne euch weiter. Viel Spaß! Das war ein verdammter Fehler! Nicht auf ihn zu hören! Gerade! Ver... AHHHHH! Ich finde... Ich finde ich nicht. Öffnet das Siegel! Bist du bekloppt? Willst du mich umbringen? Wer? Du! Ja! Kein Ernst! Hätte das Eiskalt weg oder was? Ich weiß es nicht. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe gerade umsiedlich Sand reingekaut. Seh ich nicht! Ich habe gerade Sand. Ähm... Gib es mehr bitte. Ich habe... Hast'n Haid besucht gerade oder wie? Nein! Ich habe den Sand unter den Ofen reinkaut, obwohl ich was eigentlich mehr craften wollte. Ähm... Teddybär! Ich sehe dich wieder, Mann! Teddybär! Ja? Ich habe was für dich! Für was? Sand! Weil du ja unbedingt Sand haben wolltest! Dankeschön! Ah, das holst du mir! Mann Mann! Tio, kommst du dann auch wieder? Bin unterwegs! Oh Gott! Oh Gott! Der kommt da geschwommen! Ankerlichten! Ah, ne! Irgendwie Sand oder so? Gibt es denn nicht? Ja, sonst zu Sand oder... äh... Metallerdsfeindschöckel? Metallerdsfeindschöckel? Nein! 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 Tio? Ja? Wir machen das so, okay? Hast du vielleicht noch... Hast du vielleicht noch 5 Kunststoff? 5 Kunststoff? Nein, 4 Kunststoff! Könntest du mir die geben? Dann könnte ich noch mal eine Flasche machen! Du kannst dann das da haben! Danke! So, jetzt hast du noch eine Flasche! Hey, wer hast du noch Kunststoff? Warum? Für was brauchst du denn? Für... Für... Für eine Flasche! Äh... Äh... Oh, Sauerstoffflasche! Ist geil! Ja, ich habe meine Flasche verwertet, dass wir auf die Verrate kommen! Ah, macht nichts! Äh... Nein, ich habe auch kurz keinen Kunststoff, ehrlich gesagt! Ah! Vielleicht haben wir ja noch irgendeinen Kunststoff... Hast du schon grad hier rein? Ne, ist nix! Ohhh, Holz! Oh... 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 Der ist kaputt. Ey. Ja. Brauchst du grad alles versuch? Teddybär, kannst du für mir vielleicht zwei Metallbahnen geben? Achso. Brauchst du? Für einen Speer. Äh, voll eng. Äh, ist okay. Ja, ja, ja. Wie der sich anhört. Ja, ich muss wieder etwas versorgen. Was, für was brauchst du es denn? Wollte ich die überraschen. Okay. Ich mach mal ein Holz. Behalt dir. Behalt dir. Das darf ich jetzt mal machen. Ja. Ja, das war nicht so. Weil es kostet uns daher. Okay. Okay. Wenn wir essen braucht, sagt mir Bescheid bitte. Okay. Okay. Ich freue mich schon auf unsere anderen besonderen Insel. Voll, voll. Ich würde jetzt so gerne einen Spoiler. Wenn ich jetzt so sage, dann kämpf mich. Ja. Ach echt? Immer. Er hasst es. Er hasst es, wenn man ihn gespoilert. Das kann er gar nicht ab. Ja, mich juckt das eigentlich gar nicht. Ach, sie hat schon. Ich hätte schon gehört, so was wegen. Es sind... Ich würde auf jeden Fall noch sehr lustig. Ich würde mal essen, bitte. Ja, ich hier. Oh, ich kann das Ende. Oh, äh. Ich hätte mir hier. Schwimm grad weg. Ich schwimm grad weg. Was? Was? Hahaha. Das... 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 Siehst du, ich sag's aber, Christ. Ah! Hilfe! Ich schau nicht mehr hoch! Ah ja. Ich hätte grad beinahe was gemacht, Helipo. Haben wir noch, äh... Baumpflanzen? Was? Heißt du, Baumzäcklinger meine ich? Haben wir noch irgendwo welche? Ich hab' noch eins zusammen. Wir reden ein bisschen zusammen, also. Aber das ist anstrengend. Ich hab' schon als Gärtner gearbeitet. Brauchen wir welche, oder? Ne, wir brauchen noch eins. Ich hab' eins. So. Wir sollten vielleicht ein paar mehr Netze errichten. Wer nicht. Das wäre nicht schlecht. Ja, Jungs. Ja, Jungs. Oh. 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 Was kommt denn jetzt überhaupt? Ich hab' schon eins. Ähm, drei... Ich glaub' zwei Nägel... Ähm... Acht Zeile... ...ich hab' sechs blanken. Ja, aber ja... Oh, wie ein bisschen... Bis ich mich da rauskenn. Was? Was hier? Alles gut. Ich hab was gerade nicht durchgeblickt. Oh, schon ist alles gut. Spaß, Spaß. Uff. Ja, selbst danke. Au! Oh. Ja, die Bärm wird mein Bein wieder abgebissen, schon. Oh. Nusspack, nusspack. Häuschen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du bist ein Idiot. Oh, Teddy Bär! Ja. Du bist ein Idiot. Warum? Du hast für mein Loot gestohlen. Man sagt, was deins ist. Nächste Frage. 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 Um den Mal zu unterсте. Ja,'m mach. Das gibt's dir gleich einer. Ja. Ich hab dich gesehen, was du da stehst. Ich bin genau so dass triumphal also. Bitte schön. Ich bin weniger. Also, äh. Ich hab das ehrlich grad nicht gesehen, um was es geht. Dennoch hab ich recht. Mom. Ruf. Mom. Ruf. Mom. Ich weiß doch, was ich gesehen hab. Ich auch. Ja, ja. Komm weiter. Komm weiter. Du hast ja wohl mal wieder geklaut. Ruf. Du hast ja wohl mal wieder geklaut. Nein, nein. Nee, nee. Nein, das ist immer so lieb. Immer doch. Vom Traum. Ha! Gut gemacht. Ah, ich sterbe! Ich glaube, dass Marcel eher stirbt. Nene. Nene. Ist ne Flasche. Ich hab keinen Kunststoff. Hast du gar nicht zu mir gesagt, dass ich ne Flasche bin? Ja, vielleicht. Wir haben noch zwei drauf, Kajon. Och, ich hasse dich. Warum? Hä? Ja, da kommt einer, den kannst du haben. Wenn du darauf unbedingt bestehst. Die hat sich hier geschnappt. Was? Nö. Ihr küsst erwartet hier immer auf dich. Ich hab nicht getroffen. Na, Falle. Alter, ich bin schlecht im Treffen. Ich bin schlecht im Treffen. Ich sehe schon jetzt. Oh, wie. Ich kann euch ne Flasche drauf. Er ist alles richtig. Bauen, bevor wir Mauern setzen. Ich habe gesagt, dass ich noch so viel Geld mache. Ach so. Ich mach nicht alles mit, weil du den abteilen. Der Rest wird hier auch frei. Hä? So. So. Sorry, das hab ich überhört. Das hab ich überhört. Ja, das hab ich überhört. Dann, glaub ich, gegen die Nächsten. Die, gegen die Insel, oder? Das ist aber meine Absicht. Und Crash! Wann eine Insel? Ankeligten! Hab ich schon. m holen und immer wieder auf dem Fall ich will jetzt die Bäume holen nur der Fall ist mit der Veränderung o-proben Prozent nach sie kommt hier ohne ruhig du auch nicht zu tun wollen mich sagen dann war es mit der Folge mit uns bei der Formel wieder bis dann oder Ciao! Tschüss!